Hallo, wir sind heute hier im Ambiente und Art und leider konnte die geplante Ausstellung nicht so stattfinden, wie wir uns das gedacht haben. Deswegen ist Stefanie Kolb heute hier zu Besuch und sie hat sich was anderes Tolles einfallen lassen und hat inhaltlich gebracht. Ich freue mich heute hier in Oberhausen im Ambiente und Art, meine Bilder zeigen zu können. Ich habe diese wunderbaren Accessoires und Möbel genutzt, meine Bilder in Szene zu setzen und ich hoffe, ihr habt beim Zuschauen genauso viel Freude, wie ich beim Dekorieren hatte. Seit zwei Jahren habe ich meine 15 Jahre andauernde Malblockade überwunden und male nun ununterbrochen. Hoffentlich können wir uns bald wieder live und in Farbe sehen bei der nächsten richtigen Ausstellung. bis zum nächsten Mal. وي Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020